So, jetzt müssen wir mal was machen. Wir müssen jetzt also eine echte New Yorkerin begrüßen. Hier bei uns beim Schülerferienfest auf dieser Bühne. Und zwar machen wir das wieder mit den Händen da oben. Kläm your hands für ein Remake Fashion. Hier ist beim Schülerferienfest Linda Jorizo. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018